In der letzten Videoreihe haben wir das Konzept der Differenzerfahrung eingeführt und haben vor allen Dingen auch die Rolle von Artefakten in menschlichen Denk- und Erkenntnisprozessen, Differenzerfahrungsprozessen besprochen. In diesem Zusammenhang passt auch gut diese Betrachtung der Computergeschichte, die nun folgen soll, bei der wir dabei aber auch erarbeiten werden, welche Eigenschaften solche Computersysteme eigentlich haben, die auch wichtig sind für unsere ergonomischen Überlegungen später. Es geht also um eine Betrachtung der Computergeschichten. Wir werden daran herausarbeiten, dass es bestimmte Eigenschaften gibt und wie diese entstanden sind, nämlich in dieser Wechselwirkung in der Computergeschichte, also Wechselwirkung zwischen Technikentwicklung und Anforderungen, Nutzungsweise. Das werde ich euch versuchen zu erläutern. Und das Ganze hat auch noch einen anderen Grund, nämlich den, dass ich festgestellt habe, dass unsere heutigen Studenten häufig sehr, sehr wenig von Computergeschichte wissen. Ich frage dann irgendwelche Dinge und es kommen dann Antworten, die, naja, dazu Anlass geben, daran zu zweifeln, dass sie wirklich die zeitlichen Abfolgen und die Zusammenhänge einschätzen können. Die meisten haben schon mal davon gehört, dass es mal sowas wie Lochkarten gegeben hat. Aber wann war das eigentlich? Da wundert man sich dann, dass ein Student auf einmal für die 90er Jahre noch das so darstellt, als wäre da üblicherweise mit Lochkarten gearbeitet worden. Andererseits wird dann manchmal schon auf die 60er Jahre das Vorhandensein von Laptops gelegt. Und dann denke ich immer, naja, es würde durchaus helfen, auch so eine zeitliche Einordnung zumindest im Groben haben zu können. Das ist einer der Gründe, warum ich hier auch über Computergeschichte spreche und nicht diese ganzen Konzepte einfach so runtererzähle, sondern das in diesem Zusammenhang tue. Wenn ihr euch für Computergeschichte interessiert, dann würde ich euch sehr empfehlen, dass ihr mal ins Heinz-Nixdorf-Museumsforum geht, wenn es dann offen ist. Und das nennt sich selbst das größte Computermuseum der Welt. Steht damit, glaube ich, in Konkurrenz zu einem anderen Museum in den USA, was Ähnliches von sich behauptet. Das kommt dann immer darauf an, ob man die Fläche zählt oder die Anzahl der Exponate und was man da zählt. Tut aber auch gar nichts zur Sache. Es ist auf jeden Fall ein durchaus interessantes Museum. Und zwar ist das vor allen Dingen, meiner Meinung nach, vor allen Dingen interessant für seine erste Etage. In der ersten Etage dieses Museums geht es nämlich um alles vor dem Computer. Und da wird der Computer eingebettet in die Menschheitsgeschichte, vor allen Dingen in die Geschichte der Kultur. Also es geht da um Lesen, Schreiben, Zeichnen, Rechnen. All diese Dinge werden dort erzählt. Und ja, es führt dann so hin über Rechenmaschinen und sowas alles zum Computer. Diese Etage ist sehr, sehr sehenswert. Man kann auch vieles ausprobieren da. Alte Rechenmaschinen und wie sie funktioniert haben, kann man da wirklich direkt erfahren. Hier jetzt werde ich diesen Teil nicht betrachten. Wir fangen also tatsächlich mit dem Computer an, mit dem modernen Computer. Was das ist, das können wir gleich nochmal ein bisschen ergründen. Aber auf jeden Fall werde ich nicht über irgendwelche mechanischen Rechenmaschinen euch etwas erzählen. Wen das Ganze genauer interessiert, der hat natürlich Gelegenheit, viele Bücher über Computergeschichte zu finden oder auch die ein oder andere Dokumentation im Fernsehen oder auch bei YouTube. Aber sie haben alle einen anderen Fokus als diesen Fokus, den ich hier habe. Und deswegen bin ich hingegangen und habe das, was ich euch hier erzähle, natürlich umfangreicher, mit mehr Beispielen, mit mehr Erläuterungen. Auch selber aufgeschrieben und habe da selber ein Buch rausgemacht. Das heißt Interface Evolution. Das könnt ihr euch bestellen. Gibt es bei Amazon zu kaufen oder auch bei Apple und bei Google. Bei Amazon kann man auch eine gedruckte Variante bestellen, wenn man das gerne hätte. Ist nicht sehr teuer. Das E-Book kostet immer 5 Euro und die gedruckte Variante 10. Wenn euch das interessiert und ihr euch dieses Geld sparen wollt, dann als Tipp kann ich sagen, könnt ihr auf LeanPub gehen. Die Adresse steht hier, leanpub.com slash iEvolution. Und da kann man die Web-Version frei lesen. Soviel der kleine Werbeblock für mein eigenes Buch. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen Leser kriege. Und nun soll es losgehen mit der Frage Interaktivität. Was ist das eigentlich? Ich habe mal versucht, das war im Rahmen meiner Doktorarbeit, den Begriff Interaktivität zu definieren. Beziehungsweise nein, ich habe nicht selbst versucht ihn zu definieren, sondern ich habe mich auf die Suche nach Definitionen begeben. Und habe dabei festgestellt, dass das nicht definiert werden kann. Es gibt so einen schönen Spruch von Friedrich Nietzsche, der mal gesagt hat, nur etwas, was keine Geschichte hat, kann überhaupt definiert werden. Und da hat er sehr recht mit. Denn wenn es eine lange Geschichte gibt, in der ein Begriff schon sehr häufig verwendet wurde, dann wurde der so unterschiedlich auf so viele verschiedene Arten und Weisen mit so vielen verschiedenen Ideen im Kopf verwendet, dass es nicht mehr wirklich möglich ist, eine Definition, eine klare Definition hinzubekommen. Ich habe dann gesucht und ich habe zig bis hunderte von Definitionen gefunden. Und je nachdem, aus welchem Bereich die Leute kommen, die da zu definieren versuchten, kamen auch ganz unterschiedliche Sachen daraus. Also Computertechniker definieren Interaktivität zum Beispiel ganz anders als Kommunikationswissenschaftler. Kommunikationswissenschaftler definieren Interaktivität zum Beispiel als ein Medium oder ein technisches Hilfsmittel ist dann interaktiv, wenn es die Kommunikation zwischen Menschen zulässt. Also dann ist zum Beispiel ein Chat interaktiv und Facebook ist interaktiv. Medienwissenschaftler sprechen von interaktiven Medien häufig dann, wenn ich zum Beispiel bei einem Film entscheiden kann, wie der Film ausgehen soll, wenn also der Handlungsablauf nicht vorgegeben ist. Die Interaktivität im Bereich Computertechnik ist ja nochmal ganz etwas anderes, nämlich dass ich ein Computersystem habe, was in einer zügigen Art und Weise antwortet. Das kann man vielleicht mal so ganz verkürzt als Interaktivität bezeichnen. Und dazu gibt es Unmengen an Definitionen, Konzepten und so weiter. Da wollen wir uns jetzt aber nicht hinbegeben. Wir wollen die nicht alle durchführen. Das wäre auch sehr, sehr langweilig. Es läuft für uns auf sowas hinaus, wie das, was hier von Herrn Raffaelli zitiert ist, Interactivity like news is something you know when you see it. Das heißt, wir können alle sagen, das ist interaktiv und das ist nicht interaktiv, ohne dass wir genau sagen könnten, was wir mit Interaktivität eigentlich meinen. Was meinen wir denn in diesem Zusammenhang, also in unserem Zusammenhang mit unserer Vorlesung damit? Da reden wir über interaktive Schnittstellen. Und interaktive Schnittstellen, naja, da müssen wir ja schon irgendwie mal hin. Was wollen wir denn damit? Das sind Schnittstellen, Computerschnittstellen, die Artefakte bereitstellen, können wir mal sagen, so Objekte am Monitor haben, bereitstellen, die wahrgenommen werden können, die manipuliert werden können und deren Verhalten und Reaktionen auf die Manipulation wiederum wahrgenommen werden kann. Das sprich, um das mal zurückzubeziehen auf die letzte Woche, interaktive Schnittstellen sind Schnittstellen, die Differenzerfahrung ermöglichen. Bruce Tognazini ist auch einer der amerikanischen Usability-Gurus. Hier sind zwei Bücher abgebildet. Die sind beide ziemlich alt schon, die sind aus den 90er Jahren, aber sind durchaus manchmal interessant zu lesen. Was darin genannt wird, was darin beschrieben wird, ist natürlich alt. Häufig bezieht es sich auf das Interface des Apple Macintosh der 90er Jahre. Aber trotzdem sind viele der Ideen, die er darin beschreibt, sehr interessant. Und vor allen Dingen dieser eine Satz hier, wo er sagt, Macintosh-Users don't know the operating system. They know a fanciful illusion called the desktop. Wenn wir das jetzt mal etwas verallgemeinern, könnte man sagen, das, was wir an der Nutzungsschnittstelle haben, das ist offensichtlich nur eine Illusion. Also das ist gar nicht das Echte. Was soll das heißen? Es existiert ja, ich sehe es ja. Also wenn ich so eine Datei vor der Nase habe oder ich habe einen Textabsatz hier vor der Nase am Monitor, das ist ja keine Illusion, die gibt es ja tatsächlich. Aber das, was ich hier sehe, was mir die Oberfläche anbietet, ist etwas ganz anderes, als was auf der technischen Seite existiert. Man kann sich das mit einer Datei ganz gut klar machen. Eine Datei am Bildschirm, die ihr seht als Icon oder vielleicht auch als geöffnete Datei, zum Beispiel jetzt eine Textdatei in Word oder was für eine Textverarbeitung ihr immer nehmen möchtet, das ist ein Dokument. Dieses Dokument findet ihr nicht wieder, wenn ihr den Computer auseinanderschraubt. Selbst wenn ihr die Möglichkeit hättet, die Magnetisierung auf einer Festplatte oder die gespeicherten Bits in einer SSD sehen zu können, selbst wenn wir dafür ein Organ hätten, würden wir nicht diese Dokumente sehen. Wir würden diese Objekte nicht sehen. Diese Objekte entstehen erst durch die Programmierung der Nutzungsschnittstelle. Und das ist das, was Tognacini hier Illusion nennt und wo wir Schnittstelle halt zu sagen. Die Schnittstelle erzeugt erst die Objekte, um die es geht, die Objekte am Bildschirm, mit denen wir arbeiten können. Und wie es zu dieser Nutzungsschnittstelle gekommen ist, zu diesen Objekten gekommen ist, da wollen wir jetzt hin und da wollen wir uns jetzt angucken. Und im nächsten Video geht es dann richtig los mit den ersten frühen Computern. Und das ist dur. Vielen Dank.